Also ich starte dann einfach mal nach 5Ks. Wie wärs? Ja, ok. Konzentrieren. Das kann machen. Egal. Dann schau ich mal auf das noch. Ok. Ich glaub ist jetzt bei dir sonst irgendjemand. Was? So schnell? Was? Alter! Alter! So schnell! Boah! Was ist da raus geworden? Warte, wer ist da? Oh Scheiße! Hey, da ist niemand. Oh Scheiße! Boxt! Oder nicht Boxt! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Das war knapp! Ja? Wer? Wer ist zu? Alter! Hey! Wer ist zu? Ich bin uns selbst. Hier gehts gar nicht los. Alter! Der Teuble ist schon verschwunden. Wuh! 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 Alter! Alter! Das war knapp! Das war so knapp! Es ist immer noch 2 AM bei mir! Ah, toll! Hallo! Der Teutscher ist auch schon verschwunden! Okay, jetzt ist das 1 AM bei mir! Nein! Warte! Toy Chica jetzt! Ihr Toy Chica! Nein! Toy Chica! Ich hab keine Zeit für deine Cupcakes! Die sind lecker, aber... Nein! Danke! Ich will sie nicht essen! Simon! Ich mein Case! Ja! Ja! Toy Freddy ist auch noch verschwunden! Oh fuck! Weird Red Barney! Hey! Ey, was ist... Was soll das? Das ist Rassismus! Wuh! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wuh! Wuh! Alter! Das ist total Rassismus! Ich muss jetzt Pause! Und ihr war mit Ab jur Okay! Töer Steve! O hiçbir ness was da der recognise! Was sein Ganier zu throw, die Zeichen conductoristoira! O nur noch vor allem! Bläht! Wow! Boot steht direkt mit LeBuch! Hey Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, für meine neuen Video, denn extrem im Channel Penis wieder am Start. Danke für die 34 Abonnenten, ich bin echt dankbar, ihr seid echt alle die besten, dessen Zuschauer meine blöden Videos anschauen. Kannst losgehen bitte. Also, ich muss nur überlegen, welche Nacht ich heute spiele. Entscheide du mal. Welche soll ich nehmen? Costume Night. Bitte. Okay, wenn du meinst. Aber welche Endometronic soll ich öffnen, wenn ich fragen darf? Golden Freddy? Okay, kann losgehen. Kann losgehen. Kann losgehen. Ja, du bist ja auch. Hallo? Hä? Was? Okay. Was soll das? Huhu! Alter, wenn Gold Freddy immer hier ist, dann ist man so unzähl, dass ich keine Ahnung habe, was man da machen kann. Ich hätte auch Ultimate Costume Night spielen können, aber ich wollte mal das zocken. Du hast zufälligerweise nicht so unzähl. Okay. Jetzt erst? Okay. Wer ist da? Ja, ich hoffe, sie darf man nicht vertrauen. Okay, voll aufgelockt. Ich will wegmachen. Alter, ich kann nicht wegmachen. Ups. Äh. Ups. Wie sind's? Okay, tut mir leid, dass es so ein Axt ruf bleibt. Ich habe keine Ahnung, was gerade eben passiert ist. Aber vergiss das Ganze. Heute ist der 7. Februar. Nach 5. 12 Uhr. Mitternacht. Und jetzt bin ich hier auf einem blödesten Job, was mein Job, was mein Boss da mir verlangt. Okay. 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 Ah, jetzt kann ich wieder fahren. Ja? Was? Oh, scheiße, was los ist. Huch! Oh, sch. Jetzt lasst mich schon, es wäre in einer anderen Kamera. Ich würde sagen, dass. Hey, ich war in einer anderen Kamera. Hey! Du warst ja auch mal da. Was ist denn? Ja, du machst das mit 82 weiter. Hm. Was ist denn das denn? Hey! Scheiße, ich habe das jetzt noch ein paar Everyone-Nast. Das war's. ich bin geschafft hallo ich kann es dafür ich kann es dafür wenn das alles kaputt ja dann eben wenn sie wieder anrufen, dann sage ich, dass es dann läuft, das ist hey, was? nein! ich hab alles eingeschaltet, das wissen, ich hab nur Balloonboy angeschaltet, das heißt ich hab nur Balloon, warte, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck nein, 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 komm schon, ich kann auch nicht schalten oh, wieder Balloonboy Alter, wie gemein ist denn dieses Spiel? hey, ich hasse euch, Badmatch, noch nix, am meisten dich Balloonboy jetzt verstehe ich, warum das Spiel auch auf 18 ist ja, bevor ich ein Video gedreht hätte, habe ich vorhin das hier angeschaut ich hoffe, ihr habt mein vorheriges Video gesehen, tut mir leid, wenn das nur 2 Minuten gedauert hat ich habe den Balloonboy angeschaltet, ich habe die Batterie verlangt, ich habe die Batterie verlangt ich habe die Batterie verlangt, ich habe die Batterie verlangt wie müssen wir den Balloon packet machen, also ich hatte das euch ein 시간essch apert ich hab dazu noch eine Datale gerne, also ich hatte das eine verzweifelte da wird 빠d Department Pack Wuhuuu! Wuhuuu! Point 30! Oh perfect! Oh perfect! Oh perfect! Oh man! Oh man! Die Spielhaftplätze! Goi! Die Spielhaftplätze! Zwei Elements vorne durch einmal! Dieses Spiel hasst mich! Wuhuuu! Scheiße! Dieses Spiel hasst mich! Ganz eindeutig! Nooo! Wuhuuu! Ey Case! Soll ich noch das mal probieren? Ja alles klar! Scheiße! Wuhuuu! Dieses Spiel ist ein Spiel des Angstmachens! Ich bin okay extrem! Du bist jetzt ein Angstwächter! Also musst du auffassen, dass keine Anime-Charlicks verschwinden! Es tut mir leid Mango! Es tut mir leid! Das ist ein Spiel! Immer vor dem! Es tut mir leid! Das ist so gut! Ja, das Night Shift, das Remastered, war schon schlimmer. Also schlimmer kann es nicht passieren, oder? Ich bin eigentlich, warte, sind wir teuerer schon jetzt? Warte, was? Nein, mich bedriffst du ja die auch noch. Warum kann ich nie ein Spiel gewinnen? Warum? Das ist echt merkwürdig. Wieso kann ich nie ein Spiel gewinnen? Oh, jam jam. Ich mach Balloon Boy Case. Auf Nacht sieben. Nacht sieben ist jetzt schon das Horrorischste. Sabotage! Warte, ich mach's mal kurz, weil... Warum denn mal? Warum denn mal Balloon Boy? Was? Nein! Ey, komm, komm. So? Ich mach's mal kurz. Nein! Warum? 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 Warum ist das Bier? Warum? Warum? Ich glaube, ich werde für 12 Tage Albträume bekommen. Nein! Wenn es sein muss für 20 Tage. Ja, ich bekomme für 20 Tage Albträume. Oh, super. Wenn es auch sein muss für einen ganzen Monat, habe ich Albträume. Go, go, go! Hurry! Hey! Hey, wieso denn? Was kann ich denn dafür? Was kann ich denn dafür? Aber egal, wir sehen uns gleich. Hey, es kann losgehen! Ähm... Der ist mit 110. Der ist mit 110. Ups. Der ist mit 110. Hm. Ups. Äh... Einmal. Ich schalte es mal kurz ohne. Schau mal, dass ohne auch besser ist. Oh, wow. Alter! Was? Okay, warte. Warte, ist irgendwo von dem Teil mit Schoen, das wird nie. Warte, Alter. Und bis jetzt ist niemand da. Was ist denn hier? Jetzt! Ja, ja. Doch, doch. Ochsen. Immer muss es doch sein oder? Okay, warte. Nein, 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 nein! Warte, wo bin ich? Ach! Öh! Ok, ok. Ja, ich kann dich extrem entspannen. Nichts ist eigentlich so schlimm. Oh mein Gott. Der wendet ja. Nein, 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 nein. Jetzt schon. Oh Mannu. Balloonball muss mir alles kaputt machen. Okay, es ist 1 Uhr, aber ich hab das nicht. Ich wüsste dieses Geräusch, dass ich es nicht überleben werde. Nein, ich überlebe das nicht. Okay, okay. Ich schieke das nicht. Oh. Oh. Oh, OMG. Oh, OMG. Okay, mein Herz ist stehen geblieben, wenn ich es so intensiviere. Nein, 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 nein. Ja. Haha. Mh. Mann. Mann ist das gut. Mann fail. Mann haben Sie ein sembla single kali. Mann. Mann, Mann. 명st du? Mann ist commun!" Mann ist irregular. Mann ist anythingâck ça. Mann ist, man apparatativ ist 다들 aprendit. Mann ist nur etwas rund… Oh, jetzt verstehe ich, warum Animatronics da ist. Ich kann mir aber sehr wehtun, wenn man einen Nachtwächter umbringt. Kein Respekt, Alter. Du ehren明白. Ähm, Edelman Moosrap, den Erkiste, 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 Edelman Moosrap und du bist weg. Nachtwüns. Unruah, scheiße. Ach, du heiliger Ford. Warum hab ich nur diesen Job angenommen? Oh, Rega. Du bist jetzt Extrem-Champion-Güte. Du hast 34 Abonnenten und kannst eigentlich damit zufrieden sein. Und jetzt sollte man einmal Horror-Spiel spielen. Ja, jetzt muss ich sagen, ist auch schon was. Wie jetzt? Warum muss ich immer Funken sein? Ja, Talbani ist verschwunden. Ich glaube Talbani... Oh Scheiße! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Und Kacke! Und Kacke! 3 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6